Hallo zusammen und willkommen bei EMKs Münzen des Monats. Heute wir haben ein besonderes Münze für euch. Das ist unsere erste Gold-Münze hier auf Münzen des Monats und es ist sehr besonders. Eine deutsche Mund. Sehr schön. Sie können das schön sehen. Entschuldigung. Das ist 100 Euro. Hab unser Gold 2020. Und das ist so. Oh, ich habe das wirklich gesagt. Soll der Demokratik. Sorry. Soll der Demokratik. Einigkeit. Und Einigkeit ist bestimmt ein schönes Thema. So. Guck mal auf die Münze. Das ist echt schön. Ich habe es schon gesagt. Das ist Hab. Ein Gold. Und Einigkeit ist der Thema. Das ist die erste Münze von einem Drei-Münzen-Serie. Und wir können sehen, ja, das ist dieses Jahr in 2020 geprägt. Und das ist die erste. Wie ich habe gesagt. Und der Thema der Serie, dass ich Einigkeit regt und Freiheit. So. Hier auf dieser Seite. Ich muss sagen, die Motiv hier. Ich finde es so schön. Das ist so schön geprägt. Und ich bin ein bisschen aufgeregt auch, weil ich hatte nicht so oft Gold-Münze auf meiner Hand. Und so. Ja. Ich finde es toll, ne? So. Hier auf der linksten Seite. Wir können sehen, das ist die Leute da. Die Menschen. Hier. Die haben die deutsche Flagge auch. Das ist auch schön. Und das ist hier in der Mitte. Na? Weiß man, wie das ist? Oh. Ich sage etwas. Das ist die Frankfurter Paulskirche. Und das ist, wo die haben in 1849 Klassik wäre bescheidert. An dem die Verfassung des Deutschen Reichs. So cool, ne? Und ich habe heute gelernt, dass die Kirche aus ein klassisches Symbol für das Sterben des deutschen Volks nach nationaler Einigkeit in demokratischer Freiheit. Also. Das ist ein langer Satz für mir. Für mich. Entschuldigung. Oh, ich finde es so schön. So Einigkeit. Ja, wir haben das schön gesehen. Aber die schöne Datei hier drin. Die sind sehr nett. Und ich finde die Thema ist auch nett. So, ich denke, dass heute vielleicht mache ich das raus von den Kapsulen. Weil ich habe in dem Englisch-Video gesehen, dass da war etwas drin, ein bisschen Staub oder was. So, wir haben das aufgemacht und das sieht so schön aus. So, ich mache das hier bei den deutschen Videos auch. Guck mal auf die Qualität. Sehr nett. So, wir konnten da die Art sehen. Das bedeutet, dass wir in Berlin geprägt. Und natürlich, das gibt es überall von allen die Prägestätten hier in Deutschland. Man kann ein ganz großes Set kaufen von allen die Prägestätten. Aber das hier ist A für Berlin. Sehr, sehr schön. Und so, das hier ist der besondere Motiv. Das wird er von den Berliner Künstler Bastian Prilwetz entwerften. Und wie ich habe vorher gesagt, präsentiert die Frankfurter Paulskircher. Meine Kinder, das ist ein schöner Münzen. Und ein schöner Satz auch. Was für ein Thema. Ich denke, in diesem Moment, wir brauchen diese besondere Themen. So, das für unsere Münzen für heute. Leg das da ganz kurz. Guck mal auf die Zertifikat. Da haben wir alles drin. Unsere Info hier. Ein sehr schönes Bild auf die linkse Seite. Und alle die Info hier. Sehr nett. Sehr nett. Na ja. So, das ist sehr besonders für mich. Vielleicht halte es ein bisschen lange nach, wenn der Video fertig ist. Hat er so schön mit Deckel. So schön. Na ja. Aber ich muss sagen, Dankeschön wie immer für so schauen. Und wenn man eine Frage hat, bitte legt das in die Kommentar. Und Imka wird bestimmt dir eine Antwort geben. Toll. Vielen Dank. Und das ist alles für heute. Leute. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Have a good day. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020